It's your boy, Skinnypee! Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Video. Eigentlich wäre ein Matchmaker gekommen, aber barrel wir heute da und wir haben bestimmt 5 Stunden oder so in unserem Geheimprojekt für euch gearbeitet und gerade heute sind wir wirklich extrem weit gekommen. Darum sage ich euch jetzt einfach nur geschwind, was es jetzt gleich im Stream gibt zumindest unter anderem. Und zwar gibt es heute ganz dick und fett für euch eine AK-47 Orbit MK-01 für alle. Ja, egal wer da mitmachen möchte, kann mitmachen. Man muss kein Abonnent sein. Diese Sache werden wir ausmurmeln. Das wird dann richtig witzig. Die haben wir extra zum Ausmurmeln bekommen. Nochmal vielen Dank. Das heißt, der Marble, ihr wisst schon, der Marble-Gewinner bekommt das hier. Wenn ich weiß, wie das geht, keine Sorge, das ist nur ein einziger Befehl, wie man da eben mitmachen kann. Und dann gibt es unter anderem noch einen Friendly Fire-Sticker. Es gibt auch noch einen anderen Skin und auch noch einen Graffiti, aber die zeige ich euch jetzt erstmal nicht. Ja, ein bisschen Spannung muss bleiben. Soweit, so gut. Livestream ist jetzt, also um 18 Uhr. Ich gucke, dass das Video genau um 18 Uhr online kommt und dann weiß jeder Bescheid. Weißt du Bescheid, ne? Ich gucke, dass das Video genau um 20 Uhr